So, wir starten in die fünfte Runde. Unser Gegner spielt Luca Jorion. Der Gegner hat ne Herausforderungsmatch, Turniermatch. Machen wir direkt anders. Machen wir nicht. Herausforderung Im Match läuft glaube ich keine Zeit. Wir spielen Turniermatch. Vielleicht nur auf Nummer sich sicher gehen, hab da keine Lust vor Bullshit. So, wir spielen gegen Jorion, Luca. Deckliste ist ja einsehbar. Wir stehen 3-1 im Turnier. Theoretisch kann man mit 6-2 noch reinkommen, auch wenn die Chancen nicht so gut sind. Also spielen wir bis 3 Losses. Und sollte das erreicht sein, würden wir droppen, aber wir sind jetzt auch schon in Runde 5. Also, gucken wir mal. Kleine Legs. Die Seite läuft jetzt auch deutlich smoother. Wir sind jetzt irgendwie in Stunde 7 oder so des Turniers. Gegner zuerst. Ich mag die Hand. Ist halt mega risky, ne, mit dem Land. Aber wir sind on the draw. Ich gehe da das Risiko ein. Einfach weil ich glaube, dass Zenith hier super gut ist. Ich guck mal wieder hier nebenan in die Liste. Was sagen Counter Spells ist, aber die Variante hat nicht so viel Counter Spells und so. Das bedeutet, dass Zenith ultra gut ist. Warum ist das jetzt alles so laggy hier? Können wir irgendwas im Hintergrund ausmachen? Aufnahme, Discord, ne, das muss anbleiben. So. Jetzt fangen wir direkt mal an. Land. Komm, wenn hier ein Land dabei ist, bin ich wieder zufrieden. Yes. Okay, wir greifen an. Wir machen jetzt sowohl Druck durch den Fuchs. Als auch durch die Zenith, die später kommen. Aber auch die Feuerstecherin ist schön. Natürlich würden wir uns auch über ein drittes Land freuen, aber die größte Hürde, das zweite Land, haben wir überstanden. Sehr schön. Wir kriegen auch schön weiter Cycler. Ja, Teferi, Bounce Fuchs. Sorry, I'm late. Oh, I've done the hero thing. Ich nervt, dass das ein bisschen hängt. Wir wollen auf jeden Fall mindestens einmal Cyclen, um Länder zu finden. Deswegen legen wir erneut den Fuchs raus. Cyclen den Hinterhalt. Ziehen in Land. Komm. Auf Ansage, auf Ansage, auf Ansage. Ähm. Ja, wir haben keinen Grund jetzt zu Cyclen. Können wir später machen. Round Timer startet. Nice, Round Timer. Hat angefangen. Ich vermute mal, dass wir hier sogar Teferi ignorieren und einfach ins Gesicht angreifen. Hat der, er hat ein Mainboard, viermal Shatter the Sky. Okay. Das bedeutet, tapferer Retter und so ist jetzt hier nicht so geil. Wir können aber trotzdem Feuerstecherin legen, angreifen, Cyclen. Dann würden wir halt auch mindestens eine Karte nachziehen und wir kriegen genug für Zenith. Also unsere eigentliche Wincon ist der Zenith. Wenn wir jetzt hier noch eine Runde lang Schaden durchdrücken, ist das gut für uns. Wir wollen nicht unbedingt im gegnerischen Zug interagieren. Das können wir auch Mainphasen. Vor allem, weil, wie gesagt, der Gegner Spells sehe ich keine Counterspells. Ne, keine Counterspells im Mainboard. Sideboard, viermal Dovins Veto. Da müssen wir uns später Gedanken drum machen. Aber das ist, umso wichtiger wäre es Runde 1 zu gewinnen. Mhm, mhm. Okay, kriegt hier ein bisschen Lebenspunkte. Kratzt uns nicht, also Mars Remobile wäre hier schlimmer gewesen. Wir stehen immer noch ziemlich gut hier. Kann jetzt zwei Runden nacheinander blocken. Haben wir einen Vorteil davon jetzt zu cyclen? Hm, sehe ich nicht. Cycling ist nicht durch die Feristatic Ability beeinflusst, weil Cycling eine aktivierte Fähigkeit ist. Ich werde dich schützen. Oh, Luca. Hm. Können wir nichts gegen machen. Hier kriegen wir einen Agent of Treachery ab. Ich meine, habe ich den, ja, Craftyker's Cages im Sideboard? Gut. Bisschen Sorge. Bin gespannt, was er hier nimmt. Ob er den Fuchs oder die Feuerstecherin nimmt. Also wer es noch nicht kennt, der opfert jetzt einen Token und findet die einzige Kreatur im Deck. Nimmt die Feuerstecherin. Okay, wir werden auf jeden Fall jetzt cyclen. Wir machen den Fuchs groß. Machen noch ein bisschen Schaden ins Gesicht. Schön, dass wir hier übrigens noch einen Cycler gezogen haben. Hm. Ich würde ja fast sagen, was hat der Gegner in Live-Gain-Möglichkeiten im Deck? Ist doch im Grunde nur... Ich gucke mal wieder in die gegnerische Deckliste. Wirf of Meletis dauert zu lange. Er hat zweimal Deploy. Eins davon hat er schon gecastet. Ja, dann würde ich fast sagen, wir greifen erstmal an. Ich will halt nächste Runde unseren Fuchs nehmen. Notfalls mit Jorion. Aber das ist uns halt scheißegal, wenn wir ihm einfach zwei Zenite vor den Latz knallen. Ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Tech war. Okay. In welcher Phase sind wir? Ja, Zeck, ein Main. Ja, wir klatschen ihm jetzt zweimal vor den Latz, ne? Es ist egal, ob er unseren Fuchs klaut. Er hat keine Counterspells. Ich sehe nicht, wie er uns jetzt hier groß krumm kommt. Ja. Zwei Schaden nehmen wir. Ich habe immer Sorge, was zu über... Wupp. Ich habe immer Sorge, etwas zu übernehmen. Äh. Ah. Ich kann doch nicht reden. Weil es schon so lange ist. Ich habe immer Sorge, etwas zu übersehen. Er hat uns ein Land genommen. Gut. Er könnte uns jetzt noch ein Land nehmen. Ist aber auch egal, weil wir noch ein Gebirge auf der Hand haben. Also er könnte Jorion spielen, Agent des Verrates. Unser Gebirge nehmen. Ich glaube, es war einfach schlecht von ihm mit Agent des Verrates zu blocken. Für uns war es doch sehr wichtig, die Luke anzugreifen. Das war also die richtige Wahl. Sonst hätte er nämlich gar nicht blocken müssen. Ja. Ja. Gut. Er hat seinen Out gespielt. Er hat gehofft, dass wir kein Land haben. Ähm. Und... Wir haben gewonnen. Gutes Spiel. Kriegt er zurück. Also da hat man gesehen, der Gegner hat sich Gedanken darum gemacht, was wir auf der Hand haben könnten. Er hat den zweiten Zenit kommen sehen und hat halt probiert, zwei unserer Länder wegzunehmen, um uns zu mana screwen. Das hat nicht geklappt, äh, weil wir glücklicherweise noch eins hatten. Hätte aber genauso gut klappen können. Ähm. Wir packen auf jeden Fall Käfig des Totengräbers rein. Der sorgt nämlich dafür, dass Luca den Agenten nicht mehr aus dem Deck holen kann. Wir haben einen Blick ins gegnerische Sideboard. Dovins Veto, Glass Casket, Degree. Degree trifft uns nicht wirklich. Dream Trawler, Leather Tap Plating. Ja, die Counter Spells, ähm, sind wieder relevant. Ist nicht wirklich... Also Glass Casket, da hilft uns Zusammenkämpfen nicht gegen. Können wir noch einmal Licht der Hoffnung gegen Enchantments reinpacken. Und wir cutten dafür ein paar der Cycler, drei Stück. Wie gesagt, sehr viel mehr Karten will ich eigentlich nie reintun. Denn wir brauchen die ganzen Cycler nun mal. Als der Gegner 80 Karten spielt, ist gerade was Sideboarden angeht. Für den schwierig. Das ist schon mal schön, den wollen wir nicht Turn... Na gut, wir haben Turn 1 nichts anderes zu tun. Normalerweise müssen wir den Turn 1 nicht legen. Was macht Glass Casket? Nur Kreaturen, oder? Jo. Ich sehe jetzt auf Anhieb nicht, wie er den los wird. Deswegen würde ich sagen, wir droppen den Turn 1. Legen Turn 2 und Turn 3 Feuerstecher hin und probieren erstmal darüber zu gewinnen. Also den Gegner hier langsam tot zu cyclen, darüber. Durch Zenith des Leuchtfeuers muss der Gegner außerdem aufpassen, dass er seine Counterspells, wenn er sie denn hat, aufhält. Ich sehe kein Death in den Clarion in der Liste, sondern nur 4 Shatter of the Sky und auch keine im Sideboard. Wäre schön, wenn wir ein Land topdecken. Na gut, das wäre wie wir jetzt denken können. Der wirft uns hier ein bisschen zurück, aber ich glaube es ist trotzdem noch die richtige Strategie. Ah, Risiko. Weil wir cyclen, wir finden ein Land und spielen... Nein! Dann cyclen wir für Länder. Oh nein! 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 Oh, nicht gut! Die Frage ist, wie lange braucht unser Gegner, um uns zu besiegen. weil die Jorion Decks dümpeln eine ganze Weile rum vor allem diese Variante ja komm, wir probieren es mit den Feuerstecherinnen aber beide sind hart Naset können wir ein bisschen drum rum spielen wenn wir im gegnerischen Zug cyclen, dürfen wir immer noch eine Karte ziehen, weil Naset nur begrenzt, dass man eine Karte pro Zug ziehen kann in unserem Zug ist das unser Draw in deren Zug wird das unser Cycle sein da ist ein Land spielen wir Feuerstecherin Angriff wäre Quatsch wegen oben der Sonne Cyclen in unserem Zug ist auch Quatsch, wir werden also im gegnerischen Zug Cyclen und eine Karte ziehen ja, wir spielen jetzt hier so ein bisschen gegen Teferi Bounce Scheiße wenn wir Tight on Mana sind trifft uns das natürlich besonders hart aber das Spiel ist noch nicht rum bei sowas werden die Gegner oft unachtsam tappen sich im falschen Moment aus und sterben einfach an einem Zimit je nachdem von wo unser Gegner kommt müsste der vielleicht auch um 2 Uhr morgens spielen also wir spielen das aus das ist potenziell eine Menge Schaden die wir so langsam machen können also wir haben dreimal Tatzen ups leck dreimal Tatzen Spurkarte wir werden also damit anfangen also es ist eine Karte die man theoretisch mittlerisch später wiederholen kann Käfig des Totengräber sorgt dafür dass sich das Match ziemlich in die Länge ziehen wird äh ja wir machen vorher nochmal 2 Schadenspunkte Schade uh das ist auch das ist auch eine eine Wincon spielen wir aus gehen wir weiter so mit dem 3 1er wollten wir eh nicht angreifen mit dem wollen wir Token machen da kommt ein Iorion darauf müssen wir nicht reagieren ja der Gegner hat hier einfach mehr Trümpfe in der Hand muss man so sagen aber ich weigere mich hier aufzugeben vor allem wenn man danach irgendwie eine Stunde Wartezeit hat dann kann man das auch in Ruhe ausspielen ja macht der Teferi Iorion oder was für Value jo Teferi Iorion für Value was aber auch ah ne ne er kriegt der 1 1er ich wollte gerade sagen nach aktuellem Board würden wir dann Teferi töten können er kriegt aber hier 2 1 1er und noch ne Mauer ne ne Eben ein paar Lebenspunkte uh das Ding gibt Lebenspunkte auch relevant 2 nach unten schön wir wandeln um kriegen den 1 1er unser Gegner macht ein bisschen mehr als wir aber nur ein bisschen ich glaube wir wollen das Maximum an 1 1er generieren also vermutlich diese Runde Cycle obwohl wir keine Karte daraus kriegen oder? ja ich glaube das ist richtig weil wir wollen den Zenit vorbereiten und dabei noch so viel wie möglich ähm rausschlagen ein Angriff hier wäre Quatsch ja ne absoluter Quatsch ich block damit 1 0 4 beziehungsweise er darf sich das aussuchen das ist nicht gut für uns in der gegnerischen Runde ziehen wir gleich nochmal hätten wir den Healer ausspielen sollen ich weiß nicht wäre vielleicht sinnvoller in den Friedhof gekommen uh ich glaube unser Gegner wird gleich merken dass Luca und Käfig des toten Gräbers sich nicht vertragen ich weiß nicht ob er das schon weiß Spieler können keine Zaubersprüche aus Friedhöfen oder Bibliotheken wirken am relevantesten ist hier Bibliotheken ja spielt er den für seinen Plus 1 oder ja schade no ok den wird er auch nächste Runde spielen können ja ich glaube wir sind all in Zenit der Gegner hält sich allerdings immer Dovins Veto auf schon auffällig gehen nach Blutkämpft nur gegen Kreaturen ne ja uh die ist gut das ist glaube ich eine unserer besten Chancen in Kombination mit Zenit wir werden auch hier wieder einen Cyclen für 1 1er und ein Schadenspunkt der sollte jedem Spieler und jedem Planeswalker stehen so wir haben drei Attacker wir können also anfangen Planeswalker unter Druck zu setzen natürlich eine ganze Weile dauern bis wir da durchkommen aber wir müssen irgendwann anfangen sagen eigentlich die Times 22 20 oh warum nicht ein langsamer der Gegner hat fast sicher einen Dovins Veto in der Hand er hat viel gezogen er hält sich immer zwei Mana auf er hat sich da bisher auch keine Blöße gegeben nicht dass wir sie bisher ausnutzen könnten sakrales Dekret hat er echt reingebordet gegen uns krass da respektet er aber die Feuerstecherin oder ist das wegen Liris mhm wir cyclen Healer ziehen unsere Karte fügen den Schadenspunkt zu kriegen den 1 1er zweiter Retter wäre ganz gut also als Alternative Fuchs Fuchs plus Krater ist auf Dauer eine Option Hellsicht 1 oben ein Zenit für 10 für den Agent müsste er sich austappen bringt uns das was hey der hat genug Blocker selbst wenn er hier Agent macht hat er genug Blocker wohl also wenn er sich austappt sollten wir vermutlich Zenit machen einfach weil wir es können in der Hoffnung irgendwann eine zweite Lücke zu finden ja wir Zenit nehmen ins Gesicht keine Angriffe das Problem ist das Deck vom Gegner braucht halt ewig um uns wirklich zu besiegen naja jetzt kriegt er hier noch ein Agent also er kriegt jetzt hier noch ein Agent er nimmt sich ein Land er spielt Jorion er kriegt noch zwei Länder er hat eine Menge Sideboard Karten reingepackt aber das ist der Punkt an dem ich concede der Gegner müsste total dumm sein wenn er das noch verliert so das bedeutet aber auch dass wir in der nächsten Runde anfangen wir haben viele Sideboard Karten gesehen ich mach mir nochmal die Liste des Gegners auf ähm von ja Veto haben wir tatsächlich nicht gesehen aber wir müssen im Grunde davon ausgehen also ich würde es auf jeden Fall reinborden Käfig des Totengräbers hat im Grunde gemacht was es sollte ich könnte mir gut vorstellen dass der Gegner gegen uns ähm Fires of Invention rausbordet also gehen wir hier ein bisschen auf Stabilität ja und wir gehen wieder rein mit dem Deck muss man auch nicht allzu viele Sideboard Entscheidungen treffen meiner Meinung nach zumindest wir wollen definitiv zuerst spielen ok ja wir spielen das Fuchs Spiel on the play kommt der Teferi auch verhältnismäßig spät dann können wir damit schon eine Menge Schaden gemacht haben bottom yes definitiv können wir jetzt auch Main Phase machen Gegner ist ja eher antappt äh ausgetappt nicht antappt ähm Turn 2 Angriff für 3 wir haben ein Land für die nächste Runde ich wüsste nicht welchen 2 Mana Removal er zu spell welchen 2 Mana Removal Spell er hier gegen uns haben könnte oh das macht Druck das macht Druck ich würde volle 3 Cyckeln ich gucke nochmal ganz kurz was er hier haben könnte Glass Casket wäre eine Main Phase Sache gewesen ne ich seh da nix warum hat er den antappt kommen lassen doch sicherlich nicht um den Dovins Veto zu casten warum hat er den antappt kommen lassen das sind 2 Lebenspunkte vielleicht wieder ein Chuck er könnte die Post aber dafür ist schon zu spät also bin wahrscheinlich gerade blind weil es muss ja irgendeinen Grund haben warum er das tut ich kann ihn aber in seiner Deckliste kann ich den Grund dafür nicht finden gut dann schlagen wir ihn für 9 achso oben des Meeres ja ja das manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht zweimal unten übrigens was dafür spricht dass der Gegner hier ein bisschen verzweifelt ist wenn er jetzt hier nichts Gutes hat könnten wir einfach schon gewinnen das ist ein Win oder das ist ein Win nice äh wir könnten entweder dreimal ne wir gehen auf jeden Fall erstmal in den Combat Step weil er könnte Deploy haben oh ok nah dran sehr nah dran ja ok ähm dann spielen wir Feuerstecherin und halten uns bereit zweimal zu cyclen Landrop haben wir gemacht so und dann kann der Gegner eigentlich sein Board mit den wenigen Mana nicht mehr advanzen ohne sich eine Blöße auf Zenith zu geben und Zenith sieht hier ziemlich lethal aus ja hat 4 Länder Zerschmetterung des Himmels äh ich glaub Zenith ist damit lethal also ziemlich safe ja gut game ja da konnten wir unseren Tempo Vorteil nutzen der Gegner hat sicherlich einen Haufen guter Karten gegen uns aber das ist egal wenn wir ihm so früh so viel Schaden machen ähm der Gegner ist ausgetappt wir legen Zenith des Leuchtfeuers und äh stehen 4-1 im Red Bull Untapped Qualifier ey damit wird wird Tag 2 ziemlich greifbar yay